um heute zum zweiten Part von Black Ops Multiplayer und da kriegen wir mal wieder wie beim ersten Part direkt den Tod rein ja heute meine Runde Sprengkommando ja und vor den zweiten Ton haben wir nicht wie beim ersten Part machen ja und anscheinend 4 ja ja und er steht da ich 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 8 muss man sagen und sind 6 ein Teil der Nervtlangen Achtung dann haben und dann haben wir den mit tötet und da haben wir nur 2 2 1 1 und da habe ich den noch gekillt aber wir müssen da endlich die Füße aber nein und wir haben verloren aber es ist noch nicht vorbei dann renne ich gleich mal wahrscheinlich mit anderen Waffen Sprengkommando geht schon los das habe ich eigentlich nicht so weit das habe ich eigentlich nicht so weit auch auch 3 die rechte Art kaum mit mit der Armbrust und die 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 Kimbo... kann man auch noch nicht Hier haben wir mal einen... Schönen Camper Feindliche Fernlingkladung Ja, will ich mir mal hier ein bisschen Ah, seh mir nicht, seh mir nicht. Aaaaaaaah! Dann machen wir mal vier zum Zwei und die habe das noch voll nicht gesehen Da liege ich mal Ne Ne, ne, ne Ne, wenn wir mal rein, die fahren wir haben auch so ist alt Lieblingswaffe die Kommande Schatten muss man ein die Jungs ich dachte der deckt mich hin ich bin die Wecke nicht direkt an das Wort wir kommen nicht kannst mich jetzt mal nicht die es ist nicht kann ich dafür doch eigentlich aber ich bin alles besser nur das blöde ist ich bin noch nicht sein Niemann die Mauer 1 Achtung Köln im Prozent ein ein Mann Das ist vielleicht eine Drohne. Tschüss! Alter!!! Ne, das geht nicht, ich nehme wieder die! Weitlich ist Mörser-Team, Gesichtet in Deckung! Oh, Juma, Team alles klar! So, ne, wir mal die mal. Weitlich ist Mörser-Team, Gesichtet in Deckung! Oh, Juma, Team, alles klar! auch mal freundlich mit können Elf die König müssen müssen er hat einen Scheiß Aort sie steht ich nun wache da ist das Fritzers Alter ihr könnt nicht mehr 13 32 Teufels 2 der Black Ops Let's Play Alter, jetzt kennen wir auch noch ne Sau Schon wieder verloren, ist doch ganz schön Jo Und er den Finish kill gemacht Jo, dann guck mal Ich bin kurz Stats an und dann Was ist für mein zweites Let's Play Ja gut, dann danke fürs zuschauen Bis zum nächsten Mal